Ich freue mich, dass wir uns hier versammelt haben. Das, womit wir uns die nächsten eineinhalb Stunden beschäftigen werden, wird für viele zum ersten Mal sein. Hält bitte die Hand, wer zum ersten Mal hier ist. Dankeschön. Das ist Information, die das Leben verändern kann. Natürlich, diejenigen, die schon viel gehört und gesehen haben, jene, die seit vielen Jahren mit uns arbeiten und gesund leben, wissen bereits sehr viel. Aber trotzdem, ich werde es versuchen, das so zu erzählen, dass auch für sie etwas Neues dabei ist. Aber heute will ich im Prinzip denen erzählen, die zum ersten Mal hier sind, die wirklich noch nichts gehört haben. Ich will, dass sie unsere Freunde werden, dass sie an sich glauben, daran, dass die Menschen ihnen nur Gutes wünschen, Gesundheit wünschen. Heute sprechen wir vertreten für den Coral Club, nicht über den Coral Club selbst. Aber das ist eine unikale Gemeinschaft der Menschen. Das ist eine Gemeinschaft, die eine gesundheitsbringende Mission hat. Heute werden wir nicht über die Menschen sprechen, zumindest nicht ich. Heute geht es um eure persönliche Gesundheit und was ihr tun könnt, um selbst gesund zu sein. Leider werden wir nicht gelehrt, gesund zu sein. Und nach vielen Jahren als Arzt, und ich arbeite viele Jahre lang als Notfalldienst, in der Regel kommen zu mir Menschen kurz vorm Sterben, fünf Minuten, zehn Minuten vorher, 30 Minuten, eine Stunde. Wir tun alles. Ich schwöre alles, damit sie leben. Wir können viele Menschen retten. Es gibt zwei Millionen Ärzte und alle kämpfen für das Leben jeden einzelnen Menschen. Aber wenn der Mensch zurückkommt oder nicht stirbt, stellt sich die Frage, warum kam er auf den Notfalltisch? Warum geht es ihm schlecht? Warum kann er sterben? Was tut er falsch? Hier kommen ganz andere Gedanken. Diese Gedanken betreffen nicht, wie soll ich den Menschen heilen, sondern was soll man tun, damit er nicht zum zweiten Mal zu uns kommt. Je mehr ich als Arzt arbeite, desto mehr glaube ich, dass prophylaktische Medizin keine Heilung ist oder Kurtheilung ist, wobei man das auch braucht. Das ist eher Lehre. Wenn der Mensch weiß, was er tun soll, damit er gesund bleibt, dann tut er das auch. Wenn er das nicht weiß, sagt der Arzt, tut mir leid, es ist zu spät. Ihr habt dies nicht getan und jenes nicht getan. Weil ihr dies nicht getan habt, seid ihr schließlich hier gelandet. Wenn ihr das tut, was das ist, werden wir heute mit euch besprechen. Im Prinzip müsst ihr dann gesund sein. Ihr könnt glücklich, fröhlich und gesund sein, aber man muss alles richtig machen. Das ist sehr wichtig. Ich sage euch eins, es gibt kein Allheilmittel, keine einzige diagnostische oder heilende Methode, keine einzige Methode oder Pille, die alle Menschen heilen kann, oder jede einzelne Menschen vor irgendwas. Das ist nicht einmal theoretisch möglich. Es gibt sehr viele gute Medikamente, sehr viele verschiedene Mittel, aber sie spielen keine wichtige Rolle in der Dauer der Lebenszeit. Stellt euch die Situation vor. In unserem Land sterben jährlich eineinhalb Millionen Menschen. Eineinhalb Millionen. Könnt ihr euch diese Zahl vorstellen? Und es werden nur eineinhalb Millionen geboren. Also ist es ein natürlicher Rückgang der Bevölkerung. Wenn das so weitergeht, dann wird es nach 10, 15, 30 Jahren zu spät sein, jemanden zu lehren. Denn der Genopul der russischen Bevölkerung sind Menschen aller Nationen überhaupt. Es wird geringer sein, als man es will. Im Osten ist es alles in Ordnung. Eineinhalb Milliarden Chinesen, eine Milliarde Inder, bei denen ist alles normal. Sie haben schwerste Bedingungen, aber sie leben lange und sind weniger krank und alles ist in Ordnung. Also warum? Irgendwie haben wir die Medizin aus der prophylaktischen in die Heilende verlegt. Zum Beispiel war in China 2000 Jahre lang das Zeitalter des Konfusionismus. Ein Arzt, der in einem Ort wohnte, bekam Geld von den Menschen, die gesund sein wollten. Sie sind noch nicht krank und der Arzt war verpflichtet, sie zu lehren, was man tun soll, um nicht krank zu werden. Sobald der Mensch krank wurde, hat der Arzt ihn auf seine Kosten behandelt. Und in den 2000 Jahren hat sich das Verständnis gebildet, dass es sehr schwer ist, die Krankheiten zu heilen. Sehr einfach ist es aber, diese vorzubeugen. Und unsere Aufgabe, meine als Lehrer und eure als eines Menschen, der die Verantwortung für seine Gesundheit übernimmt, ist es die richtigen Dinge zu tun. Die Statistik ist eine recht ernste Sache. Ich werde heute euch erzählen, dass eine Diagnose noch kein Endurteil ist. Die Gesundheitswerteorganisation sagt, dass 70% aller Diagnosen in der Welt falsch gestellt werden. Überhaupt falsch. Das heißt, dass 70% der Menschen falsch behandelt werden und das ist nicht nur in unserem Land so. Das ist in der ganzen Welt so. Warum sagt man das? Weil man die Gründe für Krankheiten nicht berücksichtigt, sie nicht erkennt. Es ist unmöglich, dann deren Folgen zu heilen. Wir gehen heute nicht von Präparaten aus, sondern von den Gründen aus. Erster Grund. Zum Beispiel wird jede vierte Person in der Welt infolge von Herzkeitserkrankungen sterben. Wenn ich sage, in der Welt, reagiert ihr ganz ruhig. Was ist schon, wenn jede vierte in der Welt stirbt? Aber wenn ich sage, jede vierte von uns hier, die hier sitzen, stirbt aufgrund der Herzkeitsgefäßerkrankung? Denn die Weltstatistik ist dasselbe. Sie ist überall gleich. Wie gefällt euch das? Überhaupt nicht. Das ist es ja. Das kann niemandem gefallen. Ich werde euch gleich erzählen, was Infarkt ist und was man tun soll, damit man ihn nicht kriegt. Ich werde dann eine Hoffnung haben, dass wir die Statistik wenigstens innerhalb der Gemeinschaft hier verändern können. Denn ein Mensch, der die Information bekommen hat, wie man es richtig macht, wird hinterher nicht alles falsch machen. Zu mir kommen Menschen, mit denen ich vor fünf Jahren gesprochen habe. Wissen Sie, ich war ein Invalid ersten Grades, jetzt bin ich vollkommen gesund. Wissen Sie, mein Kind war kurz vorm Sterben, nun ist er gesund und macht Sport. Ich habe nicht etwas super Tolles gemacht. Ich habe nur angefangen, alles richtig zu machen. Also, wir fangen mit dem schwierigsten Thema an. Ich möchte euch zeigen, dass die Krankheit und der Grund der Krankheit völlig verschiedene Dinge sind. Nun. Gesundes Blut ist eine sehr gute Flüssigkeit. Im Grunde genommen unsere Seele, die durch unseren Körper fließt. Was ist eigentlich ein gesundes Herz? Das ist ein kleiner Motor, der lebenslang schlägt und diese Flüssigkeit pumpt. Was kann mit diesem Herz passieren? Wir können erzürnen, wir können nervös sein, wir können irgendwie uns erkälten, damit es das Herz belastet. Aber das Herz kann nichts dafür. Es arbeitet unser Leben lang. Wenn fleißige Arbeiter und nur dann, wenn bei ihm solches Blut hier ankommt, statt des guten Blutes. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Zurück bitte. Bemerkt, das ist gesundes Blut. Wenn ihr den Grund versteht, versteht ihr, was zu tun ist. Das ist krankes Blut. Seht ihr den Unterschied? Falls das erste Blut ins Herd kommt, wird der Mensch leben. Wenn das zweite Blut kommt, stirbt er. Dabei stirbt er sozusagen in völlig gesundem Zustand. Er hat was Falsches gegessen, hat sich aufgeregt, eine Situation ist aufgetreten, die er nicht ändern kann. Im Endeffekt stirbt der Mensch. Was kann das Herz dafür? Das Herz weiß nicht, welches Blut zum Kommen. Millionen von Menschen, die über 50 sind, leiden unter klinischer Herzkrankheit. Und alle beschuldigen das Herz. Alle heilen es mit Tabletten, versuchen, seine Gefäße zu verändern, verengen, verbreiten. Alle versuchen, Blutdruck zu senken, zu erhöhen, es irgendwie zu regulieren. Alle versuchen, den Atemrhythmus zu verlangsamen oder eher zu erhöhen. Auch versuchen, alles zu betäuben. Wenn der Kopf schmerzt, nimmt man eine Tablette, dann tut es nicht mehr weh. Schmerzt der Fuß, nimmt man eine Tablette, damit er nicht schmerzt. Die Natur ist so weise, dass sie alle Symptome, die bei uns erscheinen, auf den ersten Plan vorbringt, um uns nur zu sagen, mein Lieber, du lebst nicht richtig, du isst nicht richtig, du bewegst dich nicht richtig, nicht genug, du nutzt das Wasser falsch oder gar nicht, du gräbst falsch. Also, erscheint unser Schmerz, beliebige Krankheit, beliebige Diagnose als Zeichen, dass wir etwas falsch machen. Menschen kommen und fragen, was soll ich tun? Ich esse Fettiges und vertrage es nicht, meine Leber fängt an zu schmerzen. Was soll ich tun? Welche Tablette soll ich einnehmen, damit ich Fettes essen kann und die Leber nicht wehtut? Ich sage, na die Leber schmerzt, weil ihr Fettiges nicht verträgt. Wahrscheinlich muss man das Fett weglassen, sagt der, na wie soll ich ohne Fettigem leben? Sehr einfach, prüft zuerst, ob ihr Gardiose in der Leber habt und dann reden wir weiter, ob ihr Fettiges nicht verträgt. Also, spürt ihr, wohin ich gehe? Ich führe dazu, dass eure Krankheit nicht das ist, was geheilt werden muss. Eure Krankheit ist die Belohnung dafür, dass ihr etwas falsch macht. Das ist ein Cholesterin, das ist eigentlich Nahrung, hier ein Milchcholesterin. Wenn er ins Herz kommt, wird das Herz ohne Nachzudenken stehen bleiben. Denn der Durchmesser von diesem Cholesterin ist um vielfaches größer als der Durchmesser eines Erythrozyten. Und in das Herzkranzgefäß kann nur ein einzelner Erythrozyt gelangen. Und was kann das Herz dafür? Was können die Gefäße dafür? Was können die Medikamente, die der Mensch haufenweise trinkt? Was kann das Aspirin dafür? Dass das Blut angeblich verdünnt. In Wirklichkeit verdünnt sie nicht. Denn wenn man kein Wasser hinzufügt, wird nichts verdünnt. Es kann für drei, vier Stunden in einen anderen Zustand übergehen und dann wieder die alte Form annehmen. Hier oben eine Thrombose, das im Herz gebildet wurde. Das ist ein toter Mensch. Wir holen diese Thrombose raus, schauen uns das Herz an und das ist wie neu. Aber das Blut, das in diesem Moment kam, ist geronnen. Warum das geronnen ist, daran haben wir nicht nachgedacht. Insult, Infarkt am Herzen, das führt praktisch zum Tod. Aber Millionen von Menschen können dem entfliehen. Thrombose. Das sind dieselben zusammengeklebten Erythrozyten. Cholesterin, Blutverdickung. Grund? Wassermangel. Ein einziger Grund in den Gefäßen ist kein Wasser. Wenn ich als Arzt euch sage, wenn wir einen Menschen in schwerstem Zustand sehen, habt ihr in vielen Situationen gesehen, wo im Krankenhaus alle mit Infusionspol rumlaufen, wenn man es rechtzeitig geschafft hat, den Menschen anzuhängen, dann wird er lieben. Hatten sie es nicht geschafft, wird er sterben. Warum? Weil die einzige Tod, von der man den Menschen retten kann, Wasser in den Fähnen ist. Eins, zwei Liter, etwas Salz, etwas Süßes, damit es keine distillierten Elektrolyten sind. Sie ist etwas mit Mineralien und Vitaminen. Das war's. Hat man den Menschen rechtzeitig angeschlossen, wird der Mensch leben. Wie lange wird er leben? Vielleicht drei Tage, vielleicht eine Woche oder einen Mund. Vielleicht stirbt er sofort, nachdem man ihn entlassen hat. Warum? Na, wenn man den Grund nicht ändert, wird er auf dem selben Weg gehen. Wenn wir lange leben wollen, wollen wir lange leben? Ja, natürlich. Dann müssen wir die Gesetze der Natur verstehen. Nicht die Gesetze der Diagnoseaufstellung, nicht die Arbeitsgesetze der Ärzte. Selbst wenn euch der beste Arzt der Welt konsultiert, heißt es nicht, dass er euch retten wird. Im Schnitt ist die Lebenszeit der Ärzte wesentlich niedriger als der übrigen Bevölkerung. Wir sehen eher alte Säufer als alte Ärzte. Die Ärzte haben oft schwere Krankheiten und sterben früh. Was ist der Grund dafür? Der Grund liegt darin, dass wir praktisch entwöhnt sind, reines Wasser zu trinken. Total entwöhnt. Der Mensch ist ein biologisches Wesen. Versucht, einen Freiburgi-Kakao zu geben oder Saft oder Pepsi. Versucht, einen Katzen-Kakao zu geben oder dem Hund. Er wird rausgehen und Wasser aus der Fütze trinken. Wir haben das wichtigste Gesetz gebrochen, Gesetz des Lebens. Wir haben es gebrochen, nicht weil wir Verbrecher sind, klein oder groß. Wir haben es gebrochen aufgrund unseres Unwissens. Auf irgendeinem Wege, vielleicht vor ungefähr 50 Jahren, als das erste Sprudelwasser für drei Pfennig erschien, fingen wir an, statt normalen Wasser, Tee, Kakao, aromatisierten Tee, Kaffee, mineralisiertes Wasser zu trinken. Irgendwelche Sachen, die zu unserem Körper keinen Bezug haben, die unseren Körper übersäuern, die Körperfunktionen behindern, das Blut gerinnt.